In diesem Video möchte ich zeigen, wie man mit Powerpoint 2016 den Bildschirm aufzeichnen kann. Das funktioniert hier unter Einfügen, Medien und hier hinten haben wir die Bildschirmaufzeichnung. Wenn wir hier das auswählen, dann haben wir hier entsprechend Schaltflächen, also einmal ein Button für Aufzeichnung. Hier kann man sehen, wie viel schon aufgezeichnet wurde und hier kann man dann auch den entsprechenden Bereich auswählen. Also wenn ich hier draufgehe, dann kann ich hier zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt so ein Fenster aufziehen, dann wird nur diese Bereiche ausgewählt oder ich ziehe das etwas größer auf, dann habe ich hier den gesamten Bildschirminhalt. Hier kann ich einstellen, ob ich den Ton mit dabei haben möchte oder den Mauszeiger sehen möchte. Wenn ich dann losgehen soll, klicke ich hier drauf, dann kommt ein kleiner Counter und jetzt bin ich in der Aufzeichnung drin. Ich habe im Hintergrund Excel gestartet, ich kann jetzt hier praktisch ein Excel-Video machen, erklären, wie zum Beispiel das Drucken in Excel funktioniert. Und wenn ich dann damit fertig bin, dann gehe ich mit dem Mauszeiger wieder nach oben und da habe ich die Möglichkeit, dann entweder zu pausieren oder dann die Aufzeichnung zu stoppen. Dann geht PowerPoint wieder auf und dieses Video wird mir entsprechend hier gleich in die erste Folie reingesetzt. Ich habe dann hier die Möglichkeit, auf den Play-Button zu klicken. So, stoppen wir das Ganze mal. Ich kann natürlich das Video jetzt auch entsprechend klein schieben. Ich kann natürlich hier auch nochmal in den Video-Tools Wiedergabe, kann ich sagen, endlos wiedergeben oder Wiedergabe zurückspulen, nach dem Aufzeichnen, nach dem Wiedergeben und ich hätte auch noch die Möglichkeit, mit einem Rechtsklick zu sagen, Medien speichern unter und das Ganze wird dann als MP4-Datei abgespeichert. Okay.